So, heute mal die ersten Zuchtweibchen eingesetzt. in ihre zukünftigen Zuchtboxen. Ich habe sie direkt einzeln gesetzt. Ich denke, das wird besser. Da unten sind die Topashennen, die zwei. Das sind meine Absetzkäfiche für die Jungvögel. Die hänge ich dann davor, dass die Alten wieder in Ruhe bauen können. Achat Gelb Mosaik und Achat Weiß. Das ist die Mosaikhette. Noch ein bisschen nervös. Das erste Mal in der Box. Isabelle Weiß Rezessiv. Isabelle Weiß Rezessiv. Zweimal Isabelle Pastelle Weiß Rezessiv. Das ist eine sehr helle Henne und eine bisschen dunklere, wie man sehen kann. Man sieht es direkt, wenn man die Vögel vor der Linse hat. Das mache ich dieses Jahr mal extra, um meine Weiß Rezessive ein bisschen heller zu bekommen. Da fahre ich diese helle Henne mit einem Weiß Rezessiven Hahn. Isabelle. Was sehr klar ist. Und schauen wir mal. Sieht man schon von Weißem der Unterschied. Sehr schön. Gucken wir mal, was dabei rauskommt.